hallo meine lieben und welcome back bei mir mein name ist steffi und ich bin unabhängige sensi beraterin hello oktober bye bye september und der oktober geht wieder richtig geil los das gilt jetzt für alle zukünftigen gastgeber im oktober und zwar wenn ihr eine party schmeißt und einen wir einen party umsatz von 735 euro zusammen bekommen gibt es diesmal geschenke noch mehr geschenke und zwar bekommt ihr diese tasse hier also die ist wirklich mega ich muss hier nur gerade aufpassen ich habe tee drin mal keinen kaffee tee ich habe vorhin geguckt es passt ein halber liter rein also 500 milliliter tee kaffee mega und als ob das nicht reicht wir haben ja oktober es wird ein bisschen huschig draußen die blätter fallen es wird eher dunkel dann bekommt ihr noch diese flausch decke dazu und auf der innenseite steht ganz groß sensi also ich glaube die decke hat glaube ich gekostet knapp 50 euro und diese tasse bin ich mir jetzt echt gerade nicht sicher ich weiß es nicht ich kann mal kurz gucken ob sie noch drin ist dann kann ich es ist mir gut dass ich hier den den laptop noch dabei offen habe irgendwie ich glaube ich war von zu lang in der sonne gelegen ich habe die befürchtung die ist nicht mehr drinnen nein die gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen für uns nein die ist weg definitiv definitiv weg aber ich müsste liegen 17 50 ach nee 17 50 nie 10 50 59 ich habe keine ahnung ich weiß es nicht mehr auf jeden fall zwischen 10 10 15 euro ich denke ja ist es dann ja noch mal ein geschenk zwischen 60 und 65 euro die es dazu gibt und es ist ja nicht nur die decke und die tasse wenn ihr ja auf 735 euro party umsatz kommt sind wir zum einen versand kostenfrei zum zweiten habt ihr eine warengutschrift von 110 euro 25 und je nachdem also wir gehen jetzt von die 735 aus weil sonst könnte ich hier wieder ins unermessliche kniffer quasseln bei 135 euro habt ihr noch drei halbe preise also versand kostenfrei 110 euro 25 warngutschrift wo ihr umsonst euch aussuchen könnt und noch mal drei halbe preise und die decke und die tasse also wenn das mal kein geiles angebot ist leute zuschlagen bucht eine party es ist völlig wurscht ob es eine home party ist ob es nicht taschen party ist ob es online ist via facebook whatsapp was habe ich noch instagram geht so möchte ich auch mal ausprobieren aber da brauche ich erst noch freiwillige die sich da die sich das zutrauen das zu machen vielleicht ist ja der ein oder andere jetzt dabei der sagt ja ich teste mit völlig wurscht wir können auch einen party link anlegen da müsst ihr dann aber gucken dass der dann im oktober dass wir die 735 euro haben dann können wir die party abschließen und dann gehört das alles ist doch mega und so viel sei gesagt das war es noch nicht also auf dieses angebot jetzt schon wie sagt man auf dieses angebot bezogen es kommen ja noch mehr news wir haben jetzt erst den ersten oktober der oktober ist doch lang und ich weiß schon sachen die hier noch nicht wisst aber ich verrate nichts ich verrate erst wenn es soweit ist also dann in diesem sinne wir sehen uns macht's gut